Was bewirkt die Kundalini-Energie? Die Kundalini ist die kosmische Energie im Menschen. Die Kundalini-Energie ist die Shakti, die kosmische Energie, die die ganze Welt geschaffen hat, erhält und irgendwann wieder auflöst. Die Kundalini-Energie ist die evolutionäre Energie im Menschen, die im Muladhara-Chakra ist. Was bewirkt die Kundalini-Energie? Die Kundalini-Energie ist die Sehnsucht nach etwas Höherem. Die Kundalini-Energie bewirkt, dass du nie zufrieden sein wirst, egal was du hast. Es geht nämlich nicht um das Haben und es geht auch nicht um das Erfahren, es geht um das Sein und letztlich um die Verwirklichung. Die Kundalini-Energie ist die evolutionäre Energie, die dich danach streben lässt, weiter zu wachsen, dich weiter zu entwickeln. Was bewirkt die Kundalini-Energie? Irgendwann, dass die ewigen Fragen in dir nach Streben streben. Die Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, gibt es eine höhere Wirklichkeit, ist sie zu erfahren. Wie komme ich aus der Individualität heraus? Wie komme ich aus dem Leiden heraus? Wie komme ich aus der Begrenztheit heraus? Diese Fragen zu zentralen Fragen deines Lebens zu machen, das bewirkt die Kundalini-Energie. Was bewirkt die Kundalini-Energie? Die Kraft, dein Leben zu verändern, die Kraft, ein Yoga-Leben zu führen, deinen Lebensstil zu ändern, täglich spirituelle Praktiken zu machen und weniger Wichtiges sein zu lassen. Was bewirkt die Kundalini-Energie? Die Kundalini-Energie kann irgendwann erwachen. Sie kann dabei Nadis reinigen, Chakras öffnen. In dem Prozess kann es auch zu intensiven Energieerweckungserfahrungen führen, zu einem Schütteln, zur Hitze, zur Bewusstseinserweiterung und auch dazu, dass du mal vorübergehend aus deinem Alltagsdenken hinausgerissen wirst. Was bewirkt Kundalini-Energie langfristig? Mehr Energie für den Alltag, mehr Kraft, dein Leben anders anzugehen, Zugang zu finden zu dem, was wirklich deine Aufgaben sind und die Kraft zu finden, diese auch umzusetzen. Was bewirkt Kundalini-Energie? Kundalini-Energie bewirkt, dass du eine Ausstrahlung hast, eine Schönheit hast, Freude ausstrahlst, Gutes bewirken kannst. Was bewirkt Kundalini-Energie? Bewusstseinserweiterung, die Erfahrung des Göttlichen, die Erfahrung des Unendlichen, die Erfahrung des Ewigen, die Erleuchtung, die Einheit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020